. Irgendwo war ein Überrollen des ganzen Quartiers, das uns alle dazu bewegt hat, dass wir jetzt einfach zusammengestanden sind und haben sagen müssen, wir müssen etwas dagegen tun. Und natürlich desto höher die Konkurrenz gibt, ist es auch natürlich ein Nachteil für sie, weil sie noch weniger Freie sind und natürlich die Freien spielen auch mit den Noten von den Frauen. Sie versuchen immer noch einen tieferen Preis zu bezahlen.